Vor fünf Jahren hat man seinen Bruder umgebracht. Jetzt ist er zum Kampf bereit. Seine Rache ist gnadenlos. Sagst du mir nun, wer dabei gewesen ist? Parade und Kickboxen vom härtesten. Blatschen. Was ist hier los? Die Antwort erfahrt ihr im Kampf. Er ist erbarmungslos, schnell und gefährlich. So, das wär's dann. Was zum Teufel meinst du damit, das wär's, ha? Wer von euch hat meinen Bruder getötet? Nun sagt schon, wer war es? Super Stunts, super Action, super Fights. Ich war's nicht, Mann. Das werden wir ja gleich herausfinden. Ein Kampf bis zum Tod. Nur einer wird überleben. Blatschen. Untertitelung. ... Untertitelung des ZDF, 2020